Aufgrund der großen Nachfrage kann Paul Meek keine Einzelsitzungen mehr anbieten. Nur um zu demonstrieren, hat er einmalig einige trauernde Menschen zu sich eingeladen, um zu zeigen, wie eine weitere Kontaktaufnahme möglich ist. Der Kontakt zur jenseitigen Welt ist immer natürlich interessant und spannend. Jede Mensch hat Sehnsucht. Viele haben Sehnsucht von einer Oma in Jenseits, einem Bruder, einer Schwester, einer Tante. Jedes Mal ist das unterschiedlich. Und sehr oft gab es keinen Abschied nach einer Todeswahl. Manchmal haben die Leute Fragen im Kopf, hat er oder sie Schmerzen gehabt? War das ein Unfall? Ob war das tatsächlich Zursicht? Und diese verschiedenen Schicksalsschläge belastet viele Leute jahrelang. Und deswegen ist eine private Sitzung sehr kostbar. Weil während einer medialen Beratung hat das Medium Zeit, richtig zu schauen. An unter vier Augen ist Vertrauen aufgebaut. Und manchmal stellen sich die Leute ihre Fragen an das Medium, vielleicht ganz persönliche Fragen. Auch sagen, kommen aus der geistigen Welt. Und sehr oft gehen die Leute nach Hause, aufgetankt mit neuer Energie, mit neuer Liebe. Die bekommen Trost und Beistand aus der geistigen Welt. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Arbeit. Dieser Kontakt zu der geistigen Welt ist ganz, ganz, ganz wichtig. Teilweise therapeutisch für viele Leute. Weil manchmal nach einer medialen Sitzung sagen die, Herr Mieke, ich habe meine innere Frieden wiedergefunden. Ein Stein von meinem Herz ist weg. Ich fühle mich wie neu geboren. Und eigentlich, das ist mein Lohn. Wenn jemand nach einer Sitzung hat neue Kraft und Trost und kann wieder ins Leben gehen. Oder nach einem medialen Abend. Manchmal kommen Leute auf mich zu vielen, vielen Dank für meine Botschaft. Jetzt weiß ich hundertprozentig, dass es mein Mann oder meine Tochter oder mein Sohn besser geht in jenseits. Die sind im Licht. Die leben weiter in die geistige Welt. Und ich fühle mich jetzt ganz wohl. Ich kann besser umgehen mit meinem Verlust, mit meinem Trauer. Und das ist was Wunderbares für jedes Medium. Ich habe deine innere Sensibilität gespürt. Du bist eigentlich eine sehr emotionale Dame. Und du bist eine Frau. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Ich glaube, dass du durch die Liebe manchmal hast du gelitten. Dass vielleicht mehrmals in deinem Leben ist irgendwie, wenn ich sage, die falsche Partnerschaft. Aber irgendwas passiert, wo du hast gelitten. Wo es war nicht so ganz einfach. Und das ist mein Gefühl. Und da habe ich ein, das erste Mal sehe ich eine ältere Dame. Und ich habe überlegt, ob das deine Oma ist. Es ist eine Dame gekommen. Und sie hat gesagt, aber sie, jetzt ist auf dem richtigen Weg. Und ich sollte dir sagen, genieß dein Leben, wie das jetzt ist. Und mach dir nicht so viele Gedanken. Weil tief in dir drin ist immer diese Gedanken wegen der schlechten Erfahrungen. Oh, das könnte kommen. Oh, was ist denn das kommt? Also ich will nicht sagen, du bist der Angsthase. Aber wegen deiner Erfahrungen in der Vergangenheit, manchmal bist du extra vorsichtig. Kannst du das verstehen? Und du bist extra vorsichtig. Und du willst nicht wieder irgendwie, kann man sagen, in eine Katastrophensituation wiederkommen. Und deswegen berührt sie sich. Aber ich habe den Eindruck, dass sie war sehr, wie sagt man, ja, ich will nicht sagen, wer ist ein Lut. Aber sie kommt ein bisschen als, sie ist die Chefin. Weißt du, sie ist, sie sagt, wo das lang geht. Also so war sie früher. Und sie ist nichts eins mit Blumen auszuschmucken. Aber ich habe das Gefühl, innerlich hat sie was ganz Liebes auch. Das war nur ihr Art. Und wenn man das akzeptiert hat, so ist sie immer, dann hat, dann innerlich hat sie schon ein weiches Herz auch. Und sie kommt zu dir und sagt, du schaffst das alles. Und es ist höchste Zeit, dass du mehr an dich denkst. Und nicht ein bisschen mehr an die andere. Ich habe das, die eine, ja, ein Baby wahrgenommen. Ein Baby wahrgenommen. Ist es dir bewusst, dass ein Baby gegangen ist? Ich weiß nicht, ob das ein Abgang war oder vielleicht, weil deine Mutter hatte ein Baby verloren. Aber das ist ein Baby hier auf einmal. Und wenn, auch wenn du sagst, ja, meine Mutter hatte ein Baby verloren, dann ist es eine Geschwisterseele zu dir. Weil ich spüre, weil ich spüre ein reiniges Licht hier, ein wunderschönes Licht. Und dieses Baby, der Liebe von dieses Baby kommt zu dir heute und begleitet dir. Und wenn ich sehe ein reiniges Licht, dann tippe ich immer, oh, vielleicht war der Baby nicht auf der Welt. Oder nur kurz auf der Welt und zurückgegangen. Weil diese reine Liebe ist so wunderschön. Und das ist was Wunderbares. Und mein Gefühl ist, dass du bisher, ja, ich weiß nicht, ob du kannst gut dekorieren oder eine Wohnung neu einrichten. Aber ich habe das Gefühl, du hast eine gute Hand für das. Oder vielleicht bist du gerade dabei, so was zu machen. Eine Wohnung neu einzurichten und sagen, das möchte ich da und das möchte ich da. Weißt du, ich habe das Gefühl, das kannst du gut. Okay? Wenn ich würde sagen, du kommst mit mir jetzt einkaufen und du richtest ein Zimmer ein, das machst du gerne. Da hast du Freude. Aber da bist du gerade dabei, was zu machen. Einkaufen, Orte zu hinstellen, das kommt da, das kommt da. Und ich habe das Gefühl, wie ein neues Lebensfaser für dich. Okay? Und dann würde ich sagen, geh deinen Weg, genieß die Liebe, komm durch. Genieß die Liebe. Genieß die Liebe, komm durch, Wante Geistige. Ich habe hier einen Mann wahrgenommen, und ich weiß nicht, ob das ein Onkel ist. Weil er meldet sich als Onkel, nicht als Papa, als Onkel. Okay? Und ich habe den Eindruck, dass vielleicht konnte er nicht immer seine Liebe zeigen. Weil er war hier, er wollte dich begrüßen, er hat dich bestimmt gemockt. Aber er war nicht die Schmusekatze, er war nicht jemand, der konnte dich in den Arm nehmen oder küssen. Das war nicht seine Art. Er sagt, grüß dich, das ist es. Also nicht so viel. Also ich habe das Gefühl, auch die geistige Welt hatte Interesse, wahrscheinlich in der Familie immer noch, anschaut. Aber ich habe das Gefühl auch, dass am Ende, er ist doch schnell gegangen am Ende. Das war irgendwie ein bisschen überraschend, dass er gegangen ist. Dass kein Mensch hat gedacht, er würde jetzt gehen. Aber er war, vielleicht, bestimmt war er auch eine gute Seele. Aber er konnte dir lieber nicht zeigen. Ich habe das Gefühl, ich will nicht sagen, dass er ein bisschen eigen war, aber ich habe das Gefühl, er war ein bisschen eigen. Die Familie hat gesagt, oh, er ist ein bisschen komisch, er mischt sich nicht immer rein. Also er hat gemeint, jeder muss alles von ihm machen, aber er muss nichts machen. Das war seine Art. Aber er kommt aus der geistigen Welt mit den Lacken an den Lippen. Und er hat gesagt, du schaust immer gleich aus. Du schaust immer gleich aus, sozusagen, du änderst dich nicht. Die Einzige ist, er hat dich in Erinnerung mit anderen Haaren. Weil, als er gelebt hat, vielleicht hast du die Haare ganz anderes gehabt. Und er hat nur gesagt, sie schaut gleich aus, aber was hat sie mit der Haare? Aber er ist kein, wie kann, kein Expert mit verschiedenen Damenfriseur. Also du magst nicht beleidigt sein, aber das ist typisch für ihn. Er grüßt dich ganz gerne und es ist auch, wenn du deine Mama begrüßen heute. Und ich habe das Gefühl, vielleicht haben die sich nicht immer gut vertragen. Dieser Onkel meine ich jetzt. Vielleicht haben die irgendwie ein bisschen gestritten. Oder vielleicht ist deine Mama zu ehrlich für ihn und sie sagt ihr Meinung. Und das passt ihm nicht. Aber es ist komischerweise, weil er hat gesagt, grüßt deine Mama, aber es ist der Papa. Es ist, ob er die Grüße da schicken möchte. Weil er sagt, mach dich nicht so viele Gedanken über deinen Papa. Und da habe ich ihn gefragt. Und dann hat er gesagt, aber viele Grüße. So, es könnte sein, es ist der Bruder von dem Papa, nehme ich an. Weil das Gefühl ist eher, dass er will deinem Papa die Grüße geben, hat deine Mama gegrüßt. Aber es ist ihm bewusst. Sie hat ihm immer gesagt, ganz genau, was sie meint. Ja. Und die beiden vielleicht haben sich nicht immer so gut vertragen. Ist das okay? Das ist ehrlich. Ganz genau. Weil es passt, weil das ist, wie er war. Weißt du, auch jetzt, wenn du sagst, er war ein bisschen komisch manchmal. Er kommt schon lieber vor dir zu dir. Er war streng und er war, wie sagt man, ein bisschen derb manchmal. Streng und ein bisschen derb. Ein bisschen so akrantig. Nicht immer so gut drauf. Aber da ist eine Dame mit wirklichem Haar jetzt erschienen. Sie war jemand, sie hat dich gekannt, weil ich gehe zurück zu einer Ehe, dass ich nehme an, dass du hast, dein Ehe hinter dich. Dass ein Ehe ist vorbei. Jetzt ist es eine ältere Dame. Ja, eine ältere Dame. Eine ältere Dame. Aber was ist eine ältere? Ich hätte sie geschätzt um die 70er. Aber 72 sowas hätte ich geschätzt. Dann war es von meinem Ex-Mann. Die Oma. Ja, das ist sie gehört zu einer Ehe, das vorbei ist. Und wenn du sagst, mein Ex-Mann ist es okay, aber sie hat dich gekannt, weil sie kommt auf dich zu. Und sie war gepflegt in ihrer Art. Das ist so eine gepflegte alte Dame, sie hat ein bisschen Schwuck angehabt, sie hat die Haar schön gemacht und sie hat sich schick gemacht. Aber sie ist eine ältere Dame, ich hätte geschätzt, vielleicht 72, aber sie sah gut aus als alte Dame. Und sie hat dich gemocht, weil sie hat gesagt, wir trinken eine Tasse Kaffee miteinander. Weißt du, und ich habe das Gefühl, als ob sie möchte sagen, was vorbei ist, ist vorbei, aber wir mögen uns immer noch. Weißt du, so zu sagen, dass die Ehe auseinander, das ist okay. Und weißt du, was sie gesagt hat, welche hast du gemacht? Sie hat dich gemocht und sie hat gesagt, mir ist egal, Hauptsache jeder ist glücklich. Das ist die Art, mir ist egal, Hauptsache jeder ist glücklich. Aber damals hat sie dich, als gesagt, in Herz geschlossen und sie ist gepflegt für ihr Alter und sie schaut auf dich. Und ich finde es schön, dass sie kommt durch heute und begrüßt dich. Die hast du nicht mitgegnet. Weil sie sagt, wir haben uns gemocht und ich habe dich nicht vergessen. Und sie sagt auch, du schaust sehr gut aus, aber sie hat gemeint, oh Gott, sie hat gemeint, du sollst eine Kartoffelsuppe essen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Sie hat gesagt, aber ein bisschen zu dunn, eine Kartoffelsuppe wird nicht schaden. Weil sie war nicht so ganz schlank, aber sie ist auch nicht so gut bei, nein, sie war normal. Also habe ich sie gesehen, aber sie würde sich das irgendwie super geben. Aber nett ist sie. Nimm die liebe Grüße an aus der geistigen Welt. Es war alles total korrekt. Es war mein Onkel, wo ich nie geglaubt hätte, dass der kommt, ja, weil wir uns eigentlich nicht so mingen haben, ja. Habe ich immer gemeint. Und das mit der Oma, das stimmt auch alles perfekt. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendetwas nicht stimmt. Er hat mir meine Lebenssituation sehr gut beschrieben. Meine Ehe, dass ich darunter mit Männern eigentlich viel gelitten habe und jetzt sehr, sehr vorsichtig bin. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass alles passt. Und mein Renovieren stimmt ganz genau. Ich habe nämlich gestern zu renovieren angefangen. Ich habe gestern einen Maler kommen lassen. Ich bin momentan dabei, meine ganze Wohnung neu zu gestalten. Und bin eben jetzt momentan so, dass ich sage, das kommt da hin, das möchte ich gerne da hin, den Teppichboden da hin. Äh, irre. Das passt ganz genau. Von meinem Ex-Mann, die Oma. Und das hat korrekt gepasht, ja. Weil die haben einen riesigen Bauernhof gehabt und eben drum die Kartoffelsuppe. Weil, äh, bei denen hat es natürlich sehr viele Kartoffeln gegeben. Und ich, da, ich bin ja jetzt sicherlich zu dünn. Und da hat sie immer drauf geschaut, dass ich was isse. Und ich war früher mal ein bisschen stärker wie jetzt. Also ich bin eigentlich froh, dass die alle gekommen sind. Und es waren eigentlich die, wo ich am wenigsten geglaubt hätte.